Liebe Freunde, ich pflege eine Abendunterhaltung. Wir leben in krisenreichen Zeiten und da darf man sich ruhig auch mal Sorgen machen. Und wir finden es ganz, ganz toll, dass sich ganz viele da draußen Sorgen um uns, ums Gloria-Theater machen. Und ich wollte die eine oder andere Sorge ganz kurz zerstreuen. Also, wir werden das Musical Tommy Taylors Traumfabrik auf jeden Fall spielen. Das ist eigentlich die Nachricht des Tages. Ganz egal, wann. Das ist noch so ein bisschen die Frage. Aber wir sind doch sehr, sehr guten Mutes, dass wir am 17. Oktober diesen Jahres Premiere feiern dürfen, Premiere feiern können. Und selbst wenn das nicht der Fall sein würde, dann können wir natürlich verschieben und dann spielen wir es halt erst nächstes Jahr oder wie auch immer. Ganz wichtig ist aber, dass ihr da draußen jetzt nicht aufhört, deswegen Tickets zu kaufen. Ja, also wenn ihr vorhattet, für Tommy Taylors Traumfabrik ein Ticket zu kaufen oder wenn ihr euch jetzt sagt, das wäre ja eine tolle Idee, dann bitte macht das jetzt. Das ist wirklich wichtig, damit wir auch sehen, okay, das wird was. Und ja, damit hier einfach der Laden weiterläuft. Viele von euch fragen uns, was können wir tun, wie können wir helfen? Und die Antwort ist ganz einfach. Kauft Tickets. Entweder für Tommy Taylors Traumfabrik oder für die vielen Gastspiele, die 2020, 2021 dann bei uns im Gloria Theater hoffentlich sein werden. Ihr wisst, nichts verfällt im Gloria Theater, wir werden auf jeden Fall spielen und bis dahin, bis wir wieder spielen, haben wir uns vieles ausgedacht. Es wird jetzt bald sehr viel kreatives Zeug hier auf Instagram und Facebook und YouTube für euch laufen. Unter anderem jetzt am kommenden Wochenende, wir sind gerade in Vorbereitung von einem Netmob. Ihr kennt euch ja aus, also wir kennen uns aus mit Flashmobs, das haben wir auf dem Stuttgarter Flughafen erst gemacht. Aber das geht ja jetzt nicht, man darf sich ja nicht anfassen, man muss ja zu Hause im Wohnzimmer bleiben. Deswegen machen wir jetzt einen Netmob mit der gesamten Crew von Tommy Taylors Traumfabrik. Also und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt mit uns verbunden, bleibt uns treu und bis bald hier auf diesen Kanälen. Bis dahin, Servus und Baba. Servus und Baba